Also ich bin dafür, Punkt. Ich meine das nun nicht politisch, sondern rein menschlich aus rationalem Grund. Denn es ist ja so, dass wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte. Und dem Vierten passt es vielleicht nicht so und dem Fünften vielleicht schon gar nicht. Aber man kann ja schließlich nicht alle happy machen. Ich bin Wolfgang, der Mann für die Sünde. Ich bin Wolfgang, der Mann für die Sünde.